Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik und zu zwei neuen Helmen. Ja, ich weiß, die sind auch schon vor ein, zwei, drei Tagen durchgesickert, aber jetzt darf darüber offiziell berichtet werden. Und wie Lego selber sagt, im Vorhinein zur Spielwarenmesse in Nürnberg, wo ich dieses Jahr übrigens nicht sein werde, weil Lego dort nicht der Presse, soweit ich weiß, irgendwas präsentieren wird. Und deswegen, ja, ich diesen Weg mir dann sozusagen spare, obwohl das eigentlich immer sehr cool war. Naja gut, aber das ist ein anderes Thema. Was auch cool ist, sind, wie gesagt, zwei neue Helme, die auch schon viel positive Rückmeldung, zumindest bei den Leaks, bekommen haben. Es geht nämlich um die Clone Wars. Das ist ja zum einen der Film gewesen, 2002, und danach gab es ja dann die Animationsserie, die ja vor jetzt einiger Zeit schon ausgelaufen ist und da ja doch einige Fans hatte. Nun muss ich zugeben, ich bin ja eher mit der klassischen Triologie aufgewachsen, aber habe mir auch Clone Wars, auch die Animationsserie angeguckt und habe nach und nach immer mehr Spaß auch daran gefunden. Und natürlich sagt mir dann auch Captain Rex, wer ist was? Und das ist nämlich der eine von den beiden. Wir sehen hier im klassischen Blau das Ganze gehalten. Er ist von der 501. und hat auch, wie wir hier unten sehen, ein kleines Schildlein, das dort also da bedruckt sein soll. Und so sieht es auch von hier aus erstmal aus. Na ja, man feiert Jubiläum, also auch von Clone Wars. Und deswegen klicken wir uns doch mal so ein bisschen durch. Es gibt einige interessante, Anführungsstrichen, Lifestyle-Bilder dazu. Und dann kommen wir auch gleich zum zweiten Helm. Preis, um das vielleicht kurz zu sagen, für das 854 Teile große Set wird 70 Euro sein. Da wird man sehen, was da vielleicht für Rabatte so möglich sind. So, aber was erstmal möglich ist, ist, das neben eine wirklich große Vase zu stellen. Ja, die auch die Farben, da muss man sagen, das ist wahrscheinlich ein Clone Wars Fan gewesen, der diese Vase gekauft hat, weil es beinhaltet eben auch die Farben von Captain Rex, aber auch von dem zweiten, über den wir gleich noch reden werden, nämlich Cody. Dat Orange ist auch drin. Na, wenn das nicht passt. Und man hat hier noch einen Würfel dahin getan. Ein W, was ist denn das? W16? W20 sogar. Na, schau an. Siehste, ein echter Brettspiel-Fan, warum auch immer, das da liegt. Er malt oder sie malt auch gerne und hat gern was Grünes drum sich rum. Ja, und eine Frisur, ja, da, Respekt. Hat die auch mal. Ja, ähm, wir sehen hier auch, das Teil, was da vor das Visier geklappt werden kann, ist hier dabei und da wird fleißig gebaut. Gut, und da gibt es einzelne Einzelteile. Oh, guck mal hier, das, das ist ja ganz cool. Sieht man das auf der Seite? Das sah man gerade nicht, das sind aber Aufkleber, oder? Also wo hier tatsächlich abgestrichen wird, ich weiß nicht, zu lange her, dass ich geguckt habe, aber sind das sozusagen Opfer, hätte ich beinahe gesagt, ähm, also Gegner, die erlegt wurden, oder was ist hier durchgezählt? Das ist ja witzig. Okay. Hatte ich nicht gesehen gerade eben. Naja, äh, kleine Gags, äh, erweitern, ähm, ähm, ja, erhöhen den Spaß an solchen Sets. Jo, ähm, also da wird der Hinterkopf dran gesetzt. Das ist auf der anderen Seite dann auch, oder? Ja, das ist jetzt die andere Seite, würde ich sagen. Hm. Ja, aber ansonsten sind die Dinger natürlich gebaut, wie man es eben bei den anderen auch kennt. Und, ja, das ist der Klassiker. So sieht's aus, wenn eben nix da ist, sondern einfach nur ein Pöppel da. Oh, jemmi, nee, ein Miepel für sich alleine. Das kann doch nicht gut sein. Aber wieder in der Farbe von, äh, vom Captain Rex, ne? Also da kauft man sogar die Vasen und alles dann entsprechend. Oh, also das sind so Wohnungen, da würde ich aber auch, also ich würde, weiß nicht, außer, dass ich diesen Betonlook überhaupt nicht mag, also wenn ich da jetzt leben müsste. Aber so eine Wendeltreppe hier, bei mir in der guten Stube, das hätte ich auch gern, muss ich zugeben. Hätte was. Dann lasse ich mir auch gefallen, dass, na gut, das passt zum Beton, dann natürlich hier diese Gitterstäben da als, äh, anrichte. Das ist natürlich, ja, muss, und weg ist er schon, ja, oder sie ist es, glaube ich, in dem Fall. So ist es, ja, hier noch ein bisschen was Künstlerisches, da noch was reingestellt. Groß ist er ja auf jeden Fall nicht, also ich gehe davon aus, das ist ungefähr die gleiche Größe wie bei den anderen Helmen. Dann sind es so um die 18 Zentimeter, die er aufbringt. Und da sehen wir hier, das ist tatsächlich, die Strichliste ist da hinten, da direkt dran. Ganz interessant, ähm, der Mendel-Loreaner-Helm zum Beispiel hat nur was mit 500 irgendwas teilen und kostet den gleichen Preis inzwischen, nämlich 70 Euro. Jetzt davon vom Schneppert hier zu reden, okay, aber wahrscheinlich weniger, weil es sind auch viele kleine Teile. Ah, die Wendeltreppe, oh, ist das Holz? Also, ja, also im Prinzip ist ja fast das Lego-Set egal, aber mal so ein bisschen sich was zu überlegen. Wo könnte ich denn was hinlegen, zum Beispiel einfach mal dekorativ? Da würde meine Frau immer ausflippen, wenn da sowas rumliegen würde, solche, was weiß ich, Schnipsel da. Nein, es gehört dann dazu. Das ist Teil des Lifestyles und ist gar kein Müll. So könnte man sagen, guck mal, da dreht er sich, da dreht er sich einfach hin, je nach wie die Sonne steht. Oder auch mal platt gedrückt, so wirkt das hier. Ja, einfach mal von oben. Ja, also Träumchen wieder mal, diese Bilderchen. Da wird wieder Maß genommen, da steht es im Regal. Jo, und das war er. Und wo Captain Rex ist, da ist die 212. nicht weit. Und dann kommen wir doch zum Cody. Da ist er, der Cody. Hat ein paar Teile weniger. Also Rex hatte 854, er hat 766. Dafür aber gleicher Preis. Klar, Gerechtigkeit muss sein. Da wird weder die 501. noch die 212. bevorzugt. Preis alles, ja, wie es sein muss. Dann haben wir hier Aufkleber. Sehen wir schon mal. Da vorne am Mundteil. Ansonsten dieses typische, dieses Übervisier. Was da so, also wie so eine, wie so Scheuklappen, die da angebracht sind. Das im klassischen, also typischen Cody Orange. Finde ich eigentlich ganz hübsch. Also passt natürlich irgendwie dazu. Um nicht zu sagen, so ist er ja auch. Ja, natürlich. Da nehmen sie dann die Vase einfach auch nochmal. Der Würfel bleibt. Und jetzt haben wir eben, ja, ich ahnte schon, das passt ja irgendwie. Selbst hier, da, alles orange, orange, orange. Selbst der Malsch, der Pinsel ist da entsprechend in orange gestaltet. Ja, ansonsten lässt sich dazu natürlich wenig sagen. Zusätzliches, weil man sieht, was man kriegt. Also das ist jetzt auch da drin. Wird es genauso aussehen wie beim Cody vorher. Beziehungsweise wie beim Rex vorher. Und, ja, das hat, das Teil, das sieht so ein bisschen klobig, finde ich, hier aus, oder? Auch mit diesen Noppen. Na gut, Noppen gehören natürlich bei Lego irgendwie dazu. Aber, ja, das ist ein bisschen anders, nicht? Und dann hier noch so, so den Irogesenschnitt da oben. Kann auch nicht jeder tragen auf seinem Helm. So, dann gucken wir mal. Natürlich auch das Teil nochmal auf die Wendeltreppe gestellt. Und hier, zumindest die Frisur ist gleich. Aber ist, glaube ich, eine andere, ne? Eine andere Darstellerin hier. Und da wird auch Maß genommen. Verträumt guckt sie wieder, dass Teil, das Seitenteil angesetzt wird. Mhm. Da auch. Und hier sehen wir aber auch wieder, da sind noch weitere Aufkleber, gehe ich mal von aus. Die da so, na, sollen es Luftschlitze wahrscheinlich sein oder so, dann darstellen. Sie ist aber auch bei jedem Teil glücklich. Also, natürlich, so sitze ich auch da. Also, wenn ich Lego baue, jedes Teil wird mit einem Lächeln in die Noppe gedrückt. Also, ja, das gehört auch dazu. Oh nein, das ist, ja, mhm. Das ist Romantik. Mit ich, ich, der Alte, die Alte, also ist ja nicht, die junge Frau und der Helm ist das so, ne? Beide gucken, sie verträumt in die gleiche Richtung. Während jeder noch künstlerisch da noch so ein Trauriger dann da sitzt. Oh, Mensch, das, das würde ich mir, glaube ich, auch nochmal rahmen und irgendwie ranhängen. Weil das hat sowas, hat sowas Berührendes, ich finde. Ah, okay. Das ist, ach, Lifestyle-Bilder. Das ist immer wieder ein Quell der Freude. Guck mal, können wir von allen Seiten nochmal gucken. Man hat es aber auch schon genug von ihm, ne? Ja, siehst du, so schnell ist es vorbei. Hier, das Teil wurde auch wieder umgedreht. So, nur die kalte Schulter noch hingedreht. Und sie guckt sich da schon das nächste Set an, die nächste Anleitung. Und, was bastelt sie denn da oben, frage ich mich gerade. Das sieht ja auch seltsam aus, da ein bisschen was. Das ist, als wenn das so halbfertig ist, oder? Naja, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, was sich dahinter verbirgt. Ja, guck mal, hier sehen wir noch irgendwas Besonderes in der Wohnung. Nö, das, auch das ist wieder, ne, kann so einen alten Spind dahin stellen. Jo, warum nicht, ne? Kann auch wieder nicht jeder, ne? Ja, so, das, die Anrichte kennen wir schon. Das ist auch das, was wir schon sahen. Einfach mal ein bisschen durch, einfach mal drehen lassen. Und, Zeit, dass sich was dreht. Und damit sind wir auch durch. Und das waren sie, die beiden Helme. Was sagt ihr denn dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten werden die übrigens erscheinen am 1. März. Ist also noch nicht mehr so lange hin, aber ein bisschen noch. Also, gut Zeit für Vorfreude. Ansonsten, wie gesagt, bis bald. Und, tschüss. Boitens. Musik 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 kinda Musik Musik Vielen Dank.